Mein Spielerwert bei FIFA 18 sollte 75 sein, weil ich mit meiner Frisur, glaube ich, eine ganz gute Figur mache. Dribbling war niedrigste bei ihm. 20. Da muss er echt noch üben. Aber dafür habe ich auch bei Defensive ihn volle 100 gegeben. Der geringste Wert ist Defensive. Da habe ich 41 gemacht. Manchmal packt er natürlich Gattuso Gretchen aus. Bei der Fysis ist er bombastisch. Er spult da seine 13, 14 Kilometer pro Spiel ab. Und ja, Maximalwert oder Durchschnittswert bei mir 84. Allgemein bei mir sehr, sehr hohe Werte, weil ich ihn sehr schätze als Spieler. Ein sehr, sehr guter Spieler. Mein Spielerwert bei FIFA 18 sollte wieder zurückgestuft werden auf 70, weil ich eine absolut blinde Wurst bin. 75. 80. 87. 89. 86. 85. 87.